Musik Hallo, mein Name ist Maria Surula. Ich bin auf Zypern geboren und aufgewachsen. Seit 1991 lebe ich in Deutschland und habe an der Musikakademie in Kassel Gitarre studiert. Als Musikerin und Gitarrenlehrerin habe ich bereits in vielen verschiedenen Städten gearbeitet. In Kassel, in Berlin, in Potsdam, in Bremen und jetzt auch im Landkreis Diepholz. Neben dem Gitarrenunterricht liebe ich es auch Konzerte zu spielen, ob Solo oder im Gitarrentuch. Für mich bedeutet Musik und Gitarre spielen pure Lebensfreude. Und ein Stück von dieser Lebensfreude bekommt jeder, der hier in unserer Musikschule das Gitarrenspielen lernt. Und ganz wichtig, für das Erlernen der Gitarre gibt es keine Altersgrenze. Jeder, ob Kind oder Erwachsene, kann es lernen und Spaß am Musizieren haben. Sobald eine Schülerin oder ein Schüler eine Gitarre in der Hand hat, kann es schon losgehen. Wir lernen Melodien, Rhythmus, Notenlesen und natürlich Akkorde, damit jeder seine Lieblingslieder spielen und singen kann. Nach einiger Zeit kommt auch das Solospiel dazu. Und dann sind die Gitarre keine Grenzen mehr gesetzt. Man kann alles spielen. Spanische oder lateinamerikanische Musik, Bossa Nova, Tango, Blues, Pop- oder Rockmusik und natürlich Klassik. Und dann macht es richtig Spaß. Wenn ihr Interesse an dem Gitarrenunterricht habt, könnt ihr euch an der Musikschule melden. Vielen Dank für das Zuschauen und vielleicht sehen wir uns bald im Unterricht. Spanische Musik Spanische Musik Untertitelung des ZDF, 2020